hier hallo herzlich willkommen leute natürlich habe ich auf aufnahme gedrückt gehabt aber wehe man tut das bei dem spiel nicht das recht sich das weiß ich aus eigener erfahrung ich mache mir ein bisschen lichtfleisch wir sind jetzt hier immer noch im hotel wir müssen wieder raus die brücke finden ich hasse das gut das nix Ich dachte mir, dass da was aufleuchtet. Ich dachte mir, dass da was aufleuchtet. Verdammt ruhig hier. Jetzt schauen wir, ob wir noch etwas durchgehen. Dass es da noch etwas zum Abgreifen gibt. Gut. Rutspon unter dem Tisch. Interessant. Rutspon unter dem Tisch. Gut. So, ich hoffe, dass da die Haber nicht unterwegs sind. Das ist wichtig. Das stehen wir hier. Das liegen wir immer mit dem Stein in der Hand. Mit Waffe ziehen kann man dann immer noch. Gut. Gut. Hier hat es nichts gegeben zum Abgreifen. Okay, jetzt übersehe ich was. Ah. Mist. Komm her, geh in Deckung. Also gut. Ich springe da runter und mach den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Tja. Ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten. Luftgewehr. Na, ist es das gleiche Prinzip. Nimm es her. Also gut. Du lehnst dich richtig gegen den Schaft. Denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger hab, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Okay. Und was die Sache von vorhin angeht. Es war wirklich er oder ich. Gern geschehen. Er hätte es besser wissen sollen. Wenn man was klaut, sollte man sicher gehen, dass man entkommt, oder? Ich hätte... Sie sind tot! Sie sind alle tot! Wovon redet der überhaupt? Beruhige dich. Wer ist tot? Die ganze Crew. Alle 76. Ich weiß, Eindringling hat sie getötet. Alle! Mist. Weiß es der Boss? Ja! Ich weiß die house! Gut gemacht! Gut auslaut! Oh. 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 Scheiße. Das wird schwer werden. Was sind wir? Was sind wir angekommen? Weiß nicht. Es ist die Dremel. Es ist die Dremel. Scheiße! Oh. Verdammt, wir müssen mich festen, und ich gehe dann rein. Schau, ich habe nichts mehr. Ich entdeckte mich, ich gehe in Ordnung. Oh, das sind viele Fuck it Sind das viele 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 Oh, das waren zu viele Das sind so viele Sind das 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 viele Okay, du musst du Mal wenn man herrschen,ol ich hab nichts aus die blöde kette klemmt warte mach ich so gute idee ich glaube aber ich schaue zuerst ob ich da noch was abgreifen kann weil ich glaube nämlich hier wird es weiter gehen ja ja endlich komm schon na gut hier gibt es eh nichts ich werde jetzt zur Elle zurückkehren und dann werden wir eine neue Folge beginnen yeah ich bin der Fanggamer, machts das gut bei The Last of Us, wir sehen uns wieder Ciao, Baba